Der zweite Spieltag in unserer Kreis Oberliga steht an. Ich grüße euch hier von der wunderschönen Müritz. Wir spielen am Sonnabend am 31. August auf der Jungen Welt gegen den NF4 Gelb-Weiß Görlitz zum Derby. Und unsere zweite Männermeinschaft, die spielt um 15 Uhr, also zur gleichen Zeit, am selben Tag, auch zum Derby bei Grün-Weiß-Gersdorf. Dazu lade ich euch alle ein und grüße euch ja ganz herzlich aus dem schönen Mecklenburg. Bis Samstag, 31. August auf der Jungen Welt. Die Wälder steht am Ostseesprand. Da ist meine Heimat, Grün-Burger Land.